So, Hallöchen und Willkommen zum neuen Video. Wieder mal aus dem ETS Tour, welche Überraschung. Wir sind noch in Madrid und unsere Tour führt uns nach Lyon, in Spanien auch. Und das Ganze mit Kokosnussöl. Aber wenn wir jetzt an den richtigen Knopf drücken, kannst du das, gell? Und dann laden wir natürlich erstmal. Lade, lade. Zum Glück sind die Ladezeiten in dem Spiel nicht allzu lang. Oh, up there. Untertitelung des ZDF, 2020 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 sehr, sehr einfach sonst fahre ich auch mal drüber, heute bin ich zu kurz na gut, dann kann man jetzt ausmachen und können uns abladen lassen ich bedanke mich fürs zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und man sieht und hört sich, tschüss